What's going on right now, selbstverständlich, grüß euch, hier ist der Olli, schaut auf die Uhr, wir haben 5.15 Uhr, fast keine Menschenseele ist hier im Grand Central Terminal. Wenn ihr mal in New York City seid, dann nutzt es aus, dass ihr früh herkommt. Moment. Okay, also man darf sich nicht hinsetzen, ne? Machen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt los in die Stadt, die Stadt, die niemals schläft. Ein Blick noch kurz auf die Decke. Schaut euch an, was da oben ist. Da oben habt ihr den mega coolen Himmel. Über den erfahrt ihr bei einer Holiday Tour natürlich alles, was stimmt und nicht stimmt. Die riesengroßen Fenster, da oben den Apfelladen, wo es keine Äpfel gibt. Nein, da stehen morgen, beziehungsweise Freitag, die Leute wahrscheinlich Schlange. Und dann die tolle Uhr direkt hier im Grand Central Terminal. Liebe Leute, wir wünschen euch viel Spaß, sagen Servus und Ciao. Und wenn ihr mal mit Holiday Tour unterwegs sein wollt, dann macht die Tour der besonderen Art, die um 5 Uhr startet. Yay! Also dann, mach's ganz gut, Servus und Ciao, sagt Tolli. Ferti! Und jetzt noch die amerikanische Fahne, mit der wir immer gern enden. Und der leere Eingangsbereich. Ciao! Ciao! Vielen Dank.